Hallo liebe Kochfreunde, wir machen eine indische Kichererbsensuppe. Dafür erhitzen wir 1 Esslöffel Öl bei mittlerer Temperatur. Dann geben wir eine kleine Würfel Knoblauchzehe hinzu. Und eine klein gewürfelte Zwiebel. Das schwitzen wir für ungefähr 5 Minuten an. Dann geben wir 400 Gramm Kartoffeln in Würfeln hinzu. Und 250 Gramm eingeweichte Kichererbsen hinzu. Wir würzen mit einem halben Teelöffel Kurkuma. Einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer. Und einem halben Teelöffel Salz. Dann alles mit einem Liter Hühnerbrühe ablöschen. Dann noch einen Teelöffel Garam Masala hinzufügen. Und alles 20 Minuten köcheln lassen. Schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Ich sage Danke und Bye Bye. Schaut mal bei uns rein, wir haben ganz viele Playlists. Die Rezepte sind nach Kategorien, Festtagen und Kontinenten sortiert. Da ist für jeden was dabei. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Danke. Ciao, ciao.